So, die Elterngruppe entwickelt ihre Vorstellungen. Ein Feuerwehrauto, das haben wir schon nicht geplant. Ah, wunderbar. Dann wird die Feuerwehr um ein ausrangiertes Gebeten, da wo die Kinder drauf rumtoben können. Das darf dann da stehen. Gut administrieren, die kann auch hier gut kreativ den Schullauf gestalten. Wie die hier radiert. Oh, stopp! Wir haben das von Seiten des Schulträgers auch, der intensiv begleitet den Aufbau und guckt, dass es so sehr klar ist. Zum Recht. Vielen Dank. Vielen Dank.